ähm reicht heili hallo hallöle willkommen zurück zu portal genau sie wie erst mal wieder rein fuchs nachher wir waren ja hier stehen geblieben und wissen nicht wo lang da oben ich glaube da oben irgendwie ach da muss denn ich glaube ich habe es ein bisschen verstanden also auf alle fälle müssen wir nach oben es ist die frage nur wie kommen wir da jetzt hin hm hm hier das ist ja ein bisschen strange moment noch mal ganz zurück wir kommen doch gar nicht von der seite dahin da gibt es da irgendeinen anderen weg so ist hier da kein das ist aber schlecht ne wenn man keinen weg findet ich kann ja hier auch nicht irgendwie was machen dass ich direkt dann da was ist denn da hinten das ist der ein fahrstuhl stimmt ich habe man kann ja hier suchen wenn man am rad dreht oder drückt oder drückt oder drückt oder drückt schon frage zu die Das Spree bringt uns ja auch nicht mehr weiter Das Spree bringt uns ja auch nicht mehr Ich bin rausgefl- Moment, kann ich hier einfach runter springen? Na toll Okay. Danke. Ich muss erst mal gucken, wo ich da hin muss. Irgendwo bin ich falsch. Also hier müsste ja richtig sein. Aber wie kommt man denn da hoch weiter? Ups. Ich finde da einfach keinen Weg. Also ich weiß, das war wohl lang, aber ich finde keinen Weg da lang. Weil man da nicht mich nicht hinschießen kann. Hm. Das seite. Ist hier vielleicht irgendwas? Nee. Das passt irgendwie alles nicht zusammen. Sonst muss ich kurz mal eine Pause machen und gucken, wie ich da weiterkomme. Genau, ich mach mal kurz eine Pause, wir sehen uns gleich wieder und dann weiß ich hoffentlich, wo es weitergeht. So, da sind wir wieder. Ich glaube, ich weiß, wie wir das am besten schaffen, tun. Und zwar werde ich erstmal wieder zurückgehen. Und zwar ist es eigentlich ganz einfach. Wenn nämlich da blaues Gel wäre, könnten wir nämlich hochspringen. Und hier hinten haben wir blaues Gel. Und hier ist auch eine Treppe. Das heißt, wir machen einfach folgendes. Wir schießen hier einmal was rein. Wichtig ist, ich habe mit blau geschossen. Dann schieße ich nämlich... Da hinten orange und... Tada! Schon sind wir oben. Ja, das kann manchmal so kompliziert sein. So... Jetzt... Zwischen... Ah ja, gut. Jetzt, sorry. Jetzt... Ich sprühe mal hier überall irgendwelche blaue Soße hin. Wird schon richtig sein. Ich bin noch da oben, damit das Ding durch die Gegend springt. Ähm... Ähm... Reicht. Würfel? Würfel! Ich habe ein Problem. Der springt jetzt durch die Gegend. Hallo? Ich muss jetzt durch die... Gut. Ähm. Ich muss den waschen. So. Nach dem Fehl von eben, das habe ich hinbekommen. Wie komme ich denn da jetzt aber hin? Wups. Nein, ähm. Da komme ich doch gar nicht. Oder doch? Klar, ich brauche blaue Soße. Wie kann ich denn die am besten hier hinschießen? Und am besten noch blaue Soße hier. Und blaue Soße da und blaue Soße überall. Nervt mich nicht. Ich habe es geschafft. Und jetzt geh hoch. Geh hoch. Wie komme ich da jetzt hoch? Hä? Oder brauche ich auch noch hier blaue Soße? Aber das ist doch gar nicht machbar. Oder doch. Oder doch. Oder doch. Oder doch. Oder doch. Ich blubber da hinten rum. So. Nee, hier komm ich nicht hoch. Oh, hier ist ein Gitter. Achso. Achso. Ich muss den Würfel bloß wieder einglibbern. Weil dann. Weil dann müsste der doch, wenn ich jetzt... Sag mal, ich mach das so... Danke. Jetzt sind wir hier oben. Warum ist unsere Forschung so gefährlich? Warum ist unsere Forschung so gefährlich? Sonst macht's ja keinen Spaß. Sonst hätten wir eine Spezialführerbunden, die den Hasenfüßen nicht auf die Akten haut, wenn wir die Akte nicht rausschmeißen. Nein, nein, Testobjekt. Du bist nicht gemeint. Ja, du. So. 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 Warum sind wir jetzt hier? Weil es wahrscheinlich hier weiter geht Stuhl Tür, die zu ist Tür, die auch zu ist Tür, die zu ist Hier geht es doch gar nicht weiter Exit, da oben Geht das so überhaupt? Irgendwie ja nicht Versuch wer da Versuch missglückt Gut Ich würde ja irgendwie da oben reinkommen, aber nicht nur, dass die Türen hier zu sind, hier geht's nicht rein. Das ist wenig. Ja, blöd, jetzt komm ich da gar nicht hin. Gibt's hier irgendwo Sprunggel? Gibt's die Fragen, alle Fragen? Weil, ich komm ja zwar da hin, nur komm ich von da, nicht um die Ecke. Ja. 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 Vielen Dank. Das ist mein Problem. Okay, ich glaube wir müssen uns hier beim nächsten Mal irgendwo... ...weiter behilflich. Machen tun. Irgendeinen Weg finden, hier weiterzukommen. Aber weiter komme ich hier nicht. Oder wenn ich hier jetzt raus und schnell orange... Nein. Egal, wir machen beim nächsten Mal einfach hier weiter. Bis dann und ciao, ciao. Ciao. Ciao.